Hallo Leute, heute in Elektrothetik in 5 Minuten, wie invertiere ich eine 3x3 Matrix mit dem Taschenrechner? Also als erstes muss ich hier wieder mit Mode, dann 6 für Matrix auswählen, dann brauche ich, muss ich hier eine Matrix dimensionieren, hier eine Matrix A, mit einem drücken auf 1. Dann sage ich, okay, es soll eine 3x3 Matrix sein, drücke ich hier drauf auf die 1, dann brauche ich hier die Matrix, kann ich hier mit irgendwelchen Werten füllen. So, und wenn ich diese Matrix dann gefüllt habe, drücke ich hier auf AC, dann komme ich hier in so ein Ding, auf so ein leeres Feld, dann muss ich Shift Matrix drücken, dann wähle ich meine Matrix A aus, ist die 3, dann hier dieses Zeilen x hoch minus 1 fürs Invertieren, drücke ist gleich und zack, erhalte ich hier meine invertierte Matrix. So schnell kann das gehen, eine 3x3 Matrix zu invertieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrothetik in 5 Minuten.